Geöffnet Aber jetzt stellt sich uns eine andere Frage. Bleibt dein Geschäft geöffnet, auch wenn deine Türe geschlossen ist? Geöffnet? So zeigen wir, was uns ausmacht. Denn es gibt andere Wege, um Türen offen zu halten. Wir sorgen dafür, dass es funktioniert und auch weiter funktionieren wird. Gemeinsam. Open. We stand. Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020